ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde hier an unserem virtuellen kartentisch in afrika wir sind am anfang des fünften zuges den letzten kampf des vierten zuges habe ich offscreen gemacht einfach weil das überhaupt nicht spektakulär war das war eine einzelne schwer angeschlagene einheit die wir noch weg putzen mussten hier in dem bereich so jetzt sehen wir gerade die ereignisse die hier auf der operativen karte wie zu beginn jeden zuges angezeigt werden wunderbar unsere crews reparieren fahrzeuge müdigkeit wird erhöht und so weiter und sofort sieben mann gleich eingetroffen sehr gut als erstes werden wir jetzt mal in die forstlist gehen und eventuell angeschlagene einheiten austauschen so da gehen wir einfach von oben mal durch und gucken wo wir hier reserven haben das hier ist das erste bataillon des siebten regiments das ist das regiment was diese umfassungsbewegung macht da brauchen wir erstmal nichts austauschen so dann haben wir hier die siebte kompanie des zweiten bataillons in reserve da vielleicht schon eher aber das sieht auch alles noch ganz gut aus naja hier die fünfte ist ein bisschen angeschlagen was die mannstärke angeht die werden wir austauschen dann geht es weiter ach man kann auch hier set optimal reinfahren ist es sind die reinfassungsbewegung denkfehler so dann das zweite bataillon des sechsten achtzigsten panzer grenadier regiments die sagen ersetzen wir die sechste kompanie von der mannstärke her sind die noch tippitoppi das verstehe ich nicht ich mache jetzt hier mal besette das mal tut mir leid dass ich das hier so verstehe ich nicht was macht er denn da so ich würde gern einfach nicht vier einheiten in die reserve schicken sondern nur drei bitteschön mache ich das halt per hand komisch so geht doch merkwürdig ist natürlich da oben hier war es da wollten wir die was hatten wir eben gesagt hier auf der kompanie austauschen der davon sind jetzt ja oder zack strange okay wieder was gelernt also manchmal macht man das anscheinend besser manuell ja okay gut zu wissen okay weiter geht's drittes panzer grenadier bataillon da haben wir die neunfte kompanie in reserve die neunte kompanie ist ein bisschen angeschlagen von der mannstärke her die sind allerdings noch relativ fit die sind ein bisschen müde sind aber was meint ihr ich würde gern lieber die feuerkraft oben halten das sind halt schon auch nicht wenig leute wieder fehlen wir haben jetzt zwölf mann verloren so ich guck jetzt mal wo die was die für das ist das 86 regiment müdigkeit wer was ist feuerkraft ich bin fast geneigt die erschöpften truppen rauszunehmen dieses scroll man dreht sich ja immer ein wolf am mausrad bis das ding sich da mal in bewegung setzt das sind 15 mann weniger die die halt haben das ist halt schon ganz ordentlich wie sieht es denn mit der munition aus sind halt dafür erfahrene truppen ich glaube ich gönne denen eine pause hier ok weiter geht's so wenn sich das einmal in bewegung gesetzt hat dann kann man hier wunderbar scrollen so das ist das erste mal fünftes panzer regiment die werden wir gleich befreien das ist ein quatsch echt genauso hier ok da haben wir spritprobleme so und schauen wir mal wo die sind ja ach krass das ist das die neunste panzer kompanie ne ok dann gucken wir uns das mal an naja die werden wir in die reserve ich weiß nicht ob die in der reserve ausstädte vehicle needs repair repair shop vehicle decommissioned and cannot be repaired ok also das in der eckigen klammer ist quasi der zustand was ist dann wenn wir die in die reserve wird ich probiere es einfach mal aus also probieren geht über studieren das heißt gucken wie es da aussieht ok also ähm warte man kann die nicht austauschen shit ok kacke ok das kommt auf unseren merkzettel dann bleibt das erstmal so so dann haben wir das 104. Panzergrenadierregiment das sieht alles oh entzeichelt es ist so affig echt ok das zweite Panzergrenadierregiment oh die sind gut müde hier die haben auch hier schwerer ok die fünfte kompanie zack äh kann ich das jetzt nochmal probieren äh ne ne naja mal die Hand machen wegen mir mir soll es recht sein ok das äh wären unsere reinforcements gewesen so jetzt haben wir wir bleiben gleich mal hier wir haben ja hier das problem ähm die sind rot ne also das heißt die die das besteht die gefahr dass die sich auflösen sehr schön rearmt ok 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 also ähm generell mein plan erstmal ähm wir stoßen hier jetzt schon mal weiter vor so ich finde es mega nervig mit ähm 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 so so die sechste kompanie das ist alles sechste kompanie ähm ähm so ähm und hier werden wir dann die berge versuchen weiter zu säubern ähm so ähm 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 dann müssen wir natürlich hier ähm ich sag dann gleich was hier zu meiner allgemeinen strategie erstmal unsere eingeschlossenen Truppen befreien also so ein Unfug das übernimmt mal die Infanterie so ok und jetzt müssen wir hier durch dieses Panzergewirr irgendwie durchblicken boah ist das echt erste Panzerkompanie erste 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 ok das ist komplett die erste ja die wird auch direkt hier angreifen dann würde ich gerne hier so den Sack zu machen zweite 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 so dann haben wir hier dritte 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 sagt doch mal bitte was zu diesem blau äh Spam hier dritte so damit haben wir einen neuen Keypunkt so sechste es tut mir total leid für euch das ich jetzt alles mit mit der Maus hier rüber havern muss Sechste, das ist das Bataillonskommando. Fünfte, fünfte, siebte. Boah, ist das nervig. Ja, ich würde die halt einfach gern zusammenlassen. Fünfte hier. Ui, ui, ui. Panic. Ist ja die Frage, muss ich jetzt, ne, greife ich jetzt hier noch mit an? Warum eigentlich nicht? So. Das Bataillonskommando, naja, das können wir hier ruhig mit reinziehen. Warum kannst du dich nicht bewegen? Okay, dann bleibt die siebte halt da. So, das ist Aufklärungs-Platon. So, Instandsetzung kommt hier hin. Was machen wir denn jetzt mit dem Aufklärungs-Platon? Wenn wir das hier auf die rechte Flanke ziehen. Naja, dann kann man die vielleicht hier nachziehen, oder die oder so. Ich weiß nicht, warum der sich jetzt nicht bewegen kann. Ich hab jetzt halt keinen Bock, das zu bewegen, sonst kann ich halt nachher die wieder alle zusammenfriemeln. Sonst hätte ich, weil der kann sich ja nicht bewegen. Sonst hätte ich gesagt, du bleibst halt hier und ihr beide schießt schon mal hier vor. Aber dann kann ich mir das dann nächste Runde wieder zusammenfrickeln. Da hab ich irgendwie keinen Bock drauf. Okay, ähm, also, ein genereller Plan ist, ähm, unserer schweren Abteilung hier bei Postlessuda. Das ist unsere wichtigste Abteilung, ne, die brauchen wir fit für den Gegenangriff, wenn der Ami zurückschlägt. Die erstmal zusammenzuführen, erstens, zweitens, äh, denen eine Pause zu gönnen. Ja, also, ähm, ich werd mir jetzt grad mal den Zustand hier angucken von unseren Tigern. Das ist extrem wichtig, ne. Also, die Amis werden wahrscheinlich auch mit, äh, Jagdpanzern und so einen Gegenschlag führen. So, und jetzt gucken wir nämlich mal. Der Führungszug. Das sieht wunderbar aus. Ich weiß nicht, warum das rot ist, was das heißt. Wir brauchen auch ein bisschen Munition. Jetzt geh ich grad nochmal raus. Ähm. Wir haben halt keine Versorgungseinheit hier im Feld, ne. Wir haben hier nur eine Instandsetzungseinheit, die ja auch einen guten Job gemacht hat. Wie ist das denn hier, weiß das jemand, ähm, Munitionstechnisch, ja. Also, wir haben ja hier echt, ich will die, würd die gerne echt komplett jetzt aus den Kämpfen rausnehmen. Und, dass die, gut, erschöpft sind die nicht wirklich, aber die haben ein bisschen Munitionprobleme. Das heißt Munitionprobleme, aber die sind hier auf fast 50 Prozent genauso mit Treibstoff, ja. Also, aber, wenn ich meinen Tutorials glaub schenken möchte, bedeutet das, dass die sind außerhalb der Versorgung. Und, es gibt ja auch so mobile Versorgungseinheiten, die haben wir hier aber nicht. Na, also, ne. Ja, also, die versorgen nur bis dahin. Das heißt, jetzt habe ich die natürlich hier dummerweise schon dahin bewegt. Wie ist denn, wie ist denn? Egal, wir gucken mal weiter nach dem Zustand. Da ist der eine Tiger auf 60 Prozent. Ich vermute mal, dass das aber Reparaturen sind, die die Crew durchführen kann. Sonst wäre da ja so eine eckige Klammer, ne. So wie jetzt hier bei dem Panzer 3. Der braucht einen Repair-Shop. Und hier ist ein Tiger, der einen Repair-Shop braucht. Okay. So, das bedeutet jetzt, wir nehmen die schwere Abteilung zurück. Ich glaube, von denen ist... Ja, okay. Man muss natürlich schon auch den Ort hier irgendwie sichern. Ich würde das gerne mit Infanterie machen, ne. Also, weil das Gelände, das ist so scheiße hier. Wir müssen da den Sack zumachen, ne. Das hilft alles nix, bevor die sich ausruhen. Okay. Wie ist denn, wie seid ihr denn jetzt personell aufgestellt? Ah, ja. Okay. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Naja. Ach, genau. Geil. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, siebte Kompanie, die haben wir aus der Reserve geholt. Und... Wo ist euer... Wo ist euer Chef? Okay, ähm... Aber das ist nicht das Problem. so... Das machen wir so... Ähm... Okay, die schwere Abteilung lassen wir jetzt nochmal. Da beschäftigen wir uns dann gleich nochmal mit. Jetzt müssen wir hier... Recon. Ich würde hier auch gern den Sack zumachen. Was haben wir denn hier? Das ist eine Aufklärungseinheit. Das ist die erste... Panzerkompanie. Okay. Ähm... So. Die machen einen Vorstoß hier hin. Dann haben wir hier die sechste Kompanie. Sechste Kompanie. Sechste Kompanie. Zweite... 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 Zweite, hoffe ich. Ja, genau. Okay. So. Und damit sind die eingeschlossen. Wir machen erstmal hier den Zug fertig. Eins nach dem anderen. Die rücken hier weiter vor. Hier kann man nicht angreifen. Und können die sich hier vereinigen. Bei... Saduquia. 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 Irgendwie so. Ähm... Naja, komm, dann kann man hier schon auch mal angreifen. Äh... Okay. Erste... Das ist auch... Das ist unser... Kuppler tun. Das ist unsere Instandsetzung. Das ist unser Bataillonskommando. Das ist unser Bataillonskommando. Das ist unser Bataillonskommando. Und... Ob wir hier so ein... Bisschen weniger aggressiv vorgehen. Ach, das schwere Kompanie. Siebte Kompanie. Dann bist du hoffentlich siebte. Du bist siebte. Dann gehst du mal dahin. Du bist fünfte. Das ist alles fünfte hier. Sehr schön. Wie weit können wir euch denn vorziehen? Mein Gott. Aber... Ja, okay. Äh... So. Okay, die kann ich angreifen. Okay. Äh... Wie sieht es jetzt hier aus? Wie sieht es jetzt hier aus? Äh... Das ist echt eine Katastrophe mit dem... Die Elfte können wir komplett hier runter verlegen. Um unsere angeschlagenen Fahrzeuge zu schützen. Siebte. 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 Ah, shit. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Können vielleicht die Panzer hier, aber das sind Pax auch. Ah, das sind doch Leute. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Neunte Kompanie. Äh... Du? Ach, das kann man sich hier echt mühselig zusammensuchen. Das ist echt ätzend, ey. Ne, ne, die bleiben hier erstmal. Um... Um unsere Panzer hier zu sichern. Heavy Call, Heavy Call. So. Ähm... Das ist unsere Angriffsplanung zum ersten. Jetzt müssen wir überlegen, was wir... Ich glaube, wir kommen hier ohne die schwere Abteilung aus. Und ich werde die jetzt zurückziehen. Einige werden ihre Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber... Ich weiß es nicht, wie da die Versorgungslage ist, ja? So, warte mal, wir gucken nochmal. So, das... Wem sind die denn unterstellt? Warte mal, wir gucken mal. Warte mal, wir gucken mal. Warte mal. Boah, diese Scrollfunktion. Ich drehe mir hier einen Wolf. Das ist ja dann... Das könnte man echt alles ohne scrollen. Und übersichtlich... Hier. Das 69. Panzergrenadier-Regiment. Nee, kann ja nicht sein. Nee. Zu dem gehören die nicht. 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 Ich weiß es nicht, ja? Also... Ich... Oder soll ich die jetzt einfach mal hier lassen? Und wir warten mal ab, ob die, ähm... versorgt werden. Wir können ja mal die Pioniere... Ich lass mal die Pioniere hier vorrücken. So, dann haben wir nämlich hier die Straße komplett. Das ist bestimmt kein Nachteil. Ich... Ich... Ich würde eigentlich... Können wir... Ne, ich lass die jetzt in Ruhe. Ja... Die sollen... Sollen ausruhen. Und da müssen wir halt nächsten Zug mal drauf achten, ob die, ähm... Munition und Sprit kriegen. Wäre irgendwie dumm, wenn sie da jetzt verhungern halt, ja? Aber die gehören zu keinem von diesem Offmap-HQs. Ne? Keine Ahnung, wie das da geregelt ist. Weiß ich nicht. Okay, dann haben wir jetzt noch ein anderes richtig großes Problem. Und zwar haben wir hier defekte Fahrzeuge, die auch gar nicht mehr bewegt werden können. Hier. Und ich habe mir überlegt, von unserer schweren Abteilung haben wir hier ein Repair-Platoon. Ich weiß nicht, ob die auch diese Einheiten hier instand setzen. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Ja? Ich zieh die einfach mal hier hin und hoffe, dass die diese Einheiten jetzt instand setzen. Toi, toi, toi. So, ihr Lieben, das wäre unser Zug. Dann brauchen wir noch, ähm... Reinforcement-Strategien. Da brauchen wir, glaube ich, nichts. Hier haben wir... Artillerie dabei. Und was kann der hier? Der hat Maschinen-Gun. Okay. Da werden wir auch noch mal Artillerie mitnehmen. Weil das einfach eklig da ist mit den Bergen. Und da sparen wir uns einfach Soldatenleben, sozusagen. Ja. Äh... Und genauso... Glaube ich hier. So. Und... Hier. Ich weiß nicht, was uns da erwartet, ne? Wir haben... Gut, die kämpfen nicht mit. Was haben wir hier? Schauen wir mal. Mal. Ich werde vorsichtshalber mal die Fähigkeit erhöhen, Panzer zu bekämpfen. Und wir werden hier... Ich guck mal. Was haben die denn? Was haben wir denn da in petto? Wah... 7,5 cm Pack. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Da haben wir jetzt schon einen Pack. Dann nehmen wir hier noch Pack mit. Einfach zur Sicherheit, ne? Und hier nehmen wir Artillerie mit. Okay. So, ihr Lieben. Das war Zug Nr. 5 von meiner Seite aus. Der Amerikaner muss noch ziehen. Ich glaube, das war's jetzt. Ja, echt. Hier versucht hier noch rein zu marschieren. Aber ich lass die jetzt ausruhen. Ich weiß nicht, was da jetzt noch auf uns zurollt, ne? Und die müssen eventuell reagieren, wenn die hier mit schweren Panzern und Jagdpanzern oder so. Man weiß es nicht, ne? Also, ich glaub, weil, also historisch war es ja so, dass diese Schlacht von den Deutschen verloren wurde. Eben wegen dem anfänglich hervorragenden Erfolge. Aber wie so oft in diesem Krieg, ähm, ja, konnten die einfach, äh, waren die nicht sehr ausdauernd. Einfach, weil die Amerikaner einfach Massen an Material da in so einen Kampf werfen können, ne? Drückt mal die Daumen, dass hier dieser, dass das hier, dass unsere Panzer hier repariert werden. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir die fit kriegen. Und drückt mal die Daumen, dass unsere schwere Abteilung Munition bekommt. Lasst mir bitte ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Joint doch bitte meinen Discord-Server. Ähm, wenn ihr euch einfach mit ein paar Leuten hier aus unserer kleinen Community ein bisschen über die aktuellen Games und so, die hier im Kanal sind. Oder was auch immer, wenn ihr Multiplayer-Runden organisieren wollt oder so. Dafür ist dieser Discord-Server gedacht. Da könnt ihr über Headset mit den Leuten quatschen. Oder wenn ihr Bock habt, einfach nur ein bisschen schreiben. Alles ganz ungezwungen. Keiner beißt da, ähm, genau. Oder folgt mir bei Twitter, wenn ihr das nicht schon längst tut. Da würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir eure Sorgen und Nöte in die Kommentare, wie immer. Und ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder mit dabei. Wenn wir... Ach nein, was wir noch machen? Ah, wir beenden den Zug natürlich noch. Zack. So. Und schauen mal, was passiert. Ah, und es sind auch zwei neue Abonnenten auf meinem Kanal eingetroffen. Herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal. Und in unserer wirklich sehr sympathischen Community, wie ich finde. Ähm, ja. Es war eine Weile ziemlich ruhig um neue Abonnenten. Aber jetzt innerhalb von ein paar Tagen zwei neue. Freue ich mich wirklich sehr, dass ihr dabei seid. Und dass euch anscheinend meine Arbeit hier gefällt. So, da schreitet die Müdigkeit voran. Und in der nächsten Folge kämpfen wir wieder vor den Toren Silibuziz. Ich bin der Basti. Ich bin hier raus. Und ich hoffe, ihr seid nächste Folge wieder mit dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. James. Ciao. depressiv색 Rob... Untertitelung des ZDF, 2020